hallo liebe studentin hallo lieber student hier nun die gliederung der lektion zum kurs a1 punkt eins für anfänger deutsch für anfänger ehe und familie das thema wir werden die lektion wie folgt aufbauen es können sich noch änderungen ergeben wenn aber dann nur zu ihrem vorteil also nummer eins sie hören texte drei texte nummer zwei sie lesen und hören die drei texte drittens wir fragen zu den lesetexten eins bis drei nummer vier wir machen übungen zum bestimmten artikel vielleicht auch schon zum unbestimmten artikel nummer fünf wir üben die pluralbildung nummer sechs wir lernen wichtige werben zu konjugieren nummer sieben wir deklinieren das attribut im nominativ nummer acht wir fragen nach dem subjekt dem prädikat und dem prädikativ nummer neun wir fragen nach dem attribut im nominativ und nummer zehn wir machen eine wiederholungsübung zur ganzen lektion die können sie dann auf zische.de erstehen tschüss